Hey Sunshine! Mein selbst entworfenes Kartendeck, verborgene Antworten, ist jetzt bestellbar. 77 Karten, die dir Antworten auf deine Fragen geben. Ganz einfach zum selberlegen und deuten. Aber Achtung! Mein Kartendeck ist limitiert. Deswegen sei schnell und bestell. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Seine heutigen Gedanken über dich. Das schauen wir uns jetzt an. Und das wird so spannend in diesem Sinne. Hello, hello Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem Kanal. Und ja, wir gucken heute mal rein, wenn dein Gegenüber heute an dich gedacht hat, was ging ihm durch den Kopf. Sehr, sehr spannendes Thema. Und am Ende der Legung werde ich heute noch die Engel fragen nach einem Rat für dich in deiner Situation. Bleibt gerne dran bis zum Schluss. Könnte sehr hilfreich sein. Und in diesem Sinne legen wir los. Leute, ich habe euch so lieb. Dankeschön an dieser Stelle erstmal dafür, dass ihr überhaupt da seid. Einfach nur dafür, dass ihr da seid. Dass ihr mal kommentiert. Ich habe gestern Abend wieder eure Kommentare gelesen, geliked und beantwortet. Und das macht mich so glücklich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wirklich. Lasst heute unbedingt auch wieder einen da. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal Team Sunshine. Ich bin die Sunny, leg jeden Tag für euch die Karten. Wenn ihr Lust drauf habt, seid ihr herzlich eingeladen. Wir sind eine verdammt coole Truppe. Und ja, wir schauen jeden Tag rein in die Energie des Herzmenschen, verfolgen das Ganze und stehen es durch. Wir haben auch keine andere Wahl, sage ich immer. Also Leute, denkt dran, immer schön positiv bleiben. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Und ja, nie vergessen, auch aus negativen Situationen kann man immer was Schönes mitnehmen. Immer. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, 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 doch, 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 doch. Irgendwann lernt man das. Irgendwann kommt man dahinter. Also, du und er, seine heutigen Gedanken. Ich bitte um klare Botschaften, klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Was hat er heute über dich gedacht, wenn er heute an dich gedacht hat? Bitte bedenkt, immer schön gucken, ob ihr in Resonanz geht, ob die Botschaft heute für dich ist oder vielleicht für jemand anderen. Aber ich sage immer, wenn man auf so ein Video draufklickt, ja, es wird einem zum Beispiel zufällig angezeigt oder so, dann hat er schon seinen Grund. Hier ist irgendetwas, ja, was du heute vielleicht hören darfst, was dich weiterbringt, was dich inspiriert und wenn es nur ein einziger Satz ist. Ja, also schaut, ob ihr in Resonanz geht. Wenn ihr eine private Legung braucht, dann schaut immer im Shop vorbei, dort könnt ihr die online buchen. Da fragen auch immer viele nach, die packt ihr einfach in den Warenkorb, schreibt euer Thema dazu und dann bekommt ihr ein Video genau wie hier auf YouTube. Aber da geht es nur um dich und deine Situation, ja? Also, wir starten rein. Meine Lieben, seine heutigen Gedanken. Wenn dieser Mensch heute an dich gedacht hat, welche Energie war dann präsent? Oh, mir kommt es rein. Dieser Mensch lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit. Er weiß, er spielt auf Zeit. Er hat sich vielleicht schon zu viel Zeit gelassen und kommt mir rein. Er ist in seinem Kopf gefangen. Dein Gegenüber hat sich verstrickt. Der ist irgendwann... Oh, jetzt muss ich ganz doll schlucken gerade. Das könnte auch wieder diese getannelte Energie sein. Dein Gegenüber ist schon lange, lange, lange im Kopf unterwegs, was dich anbelangt. Macht sich viele Gedanken. Überdenkt das Ganze. Zerdenkt das Ganze. Kommt mir rein, ja? Hier sind Gefühle. Der weiß die aber nicht zu ordnen. Und mich lacht hier das Ass der Münzen an. Das gibt es ja gar nicht. Hier ist eine große Chance. Hier ist eine Chance im Universum, im Kosmos, im... Wie auch immer man es nennen möchte. Ja, woran du glaubst. Das Ass der Münzen. Seht ihr das, wie das leuchtet? Hier ist eine große Chance auf Wachstum. Dass das mit euch hätte fruchten können oder noch fruchten kann. Ja? Dein Gegenüber ist aber so ein bisschen verstrickt. Siehst du all die Kelche? Kelche im Tarot stehen für Gefühle. Hier sind gemischte Gefühle. Beziehungsweise dein Gegenüber weiß nicht, was er mit diesen Gefühlen anstellen soll. Ja? Er lässt sich Zeit. Es ist Wahnsinn. Sieben der Kelche und sieben der Münzen. Er ist in der siebener Energie. Die sieben. Mit den sieben der Münzen sehen wir auch hier das Wachstum. Genau wie beim Ass der Münzen. Nur, dass hier jemand auf Zeit spielt. Beziehungsweise viel Zeit braucht. Dieser ganze Prozess zwischen euch, habe ich das Gefühl, wird blockiert durch ihn. Stockt wegen ihm. Weil er sich Zeit lässt. Weil er nicht in Gang kommt. Sagen wir es einfach so. Er kommt nicht in Gang. Stell dir vor, du und er, ihr seid draußen auf dem Feld. Jeder hat so seine Hälfte. Und ihr habt beide eine Handvoll Samen. Ja? Und du bist so losgestiefelt. Und hast du die Samen schön eingesät. Ja? Gegossen. Zack, rabumm. Bist fertig. Er steht immer noch am Anfang und guckt so seine Samen an, die er in der Hand hat. Ja? Und er weiß nicht, was er damit machen soll. Und du denkst dir, mein Gott, steck die Samen jetzt in die Erde rein. Damit daraus soll was wachsen. Verdammt nochmal. Aber er tut sich schwer mit diesem Wachstum. Er tut sich überhaupt schwer, diesen Samen irgendwie zu akzeptieren, den er da hat. Ja? Und er weiß nicht, was er damit anstellen soll. Mir kommt rein. Wisst ihr, was mir reinkommt heute? Dieser Mensch weiß nicht, mit Liebe umzugehen. Das ist wie, wenn du Samen in der Hand hast und du bist kein Gärtner. Und du hast keine Ahnung, was soll ich jetzt machen mit diesen Samen? Was macht man damit? Weiß ich nicht. Ja? Und so ist es mit ihm, mit Gefühlen, mit der Liebe. Was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Gefühlen, die ich habe für sie? Dieser Mensch hat Gefühle für dich. Hier ist nun schon lange Zeit so eine schwebende Situation zwischen euch beiden, weil der nicht weiß, was der mit diesen Gefühlen anstellen soll. Kann sein, dass er entweder ein verletztes Herz hat aus einer vergangenen Beziehung oder aber generell so ein bisschen ist, was Gefühle angeht. Vielleicht so ein bisschen Bindungsangst kommt mir rein. Verweigert vielleicht auch Gefühle, will die nicht wahrhaben. Vielleicht sagt er sich, ne, hier ist kein Platz in meinem Leben für Gefühle. Ja? Hier ist quasi Stau auf A2. Echt? Hier ist Stau auf A2. Der blockiert das Ganze. Er blockiert euer Wachstum. Und die Karten sagen mir, verdammt mich nochmal, hier ist Potenzial für Wachstum. Bei den beiden, wenn die beide mal ihre Samen in die Erde stecken würden und sich drum kümmern würden, dass sie wachsen, da wird die schönste Eiche draus blühen. Ja? Aber du hast deinen Soll erfüllt, er nicht, kommt mir rein. Er steht da, wie gesagt, mit seinen Samen und hat keine Ahnung, was er anstellen soll. Das ist die Energie. Der sitzt vielleicht, ich sehe, wisst ihr, was ich sehe, meine Lieben? Leute, ich liebe das ja, unser Daily Date, ne? Ach, ich habe euch so lieb, Leute. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade ganz viele Namen aus euren Kommentaren vor Augen, die ich jeden Abend like. Ich kenne so viele von euch schon, weil ihr jeden Abend kommentiert. Und das ist wirklich, als würden wir uns kennen. Das ist so geil. Also wirklich, danke einfach nochmal an euch, dass ihr da seid. Wirklich. Oh, ich finde das gerade so schön. Dein Gegenüber, ja, der sitzt abends so vielleicht vor seinem Handy und sein Handy, er tippt die Nachricht. Der hat den Samen, die ist getippt. Dem fehlt aber das Absenden der Nachricht. Den Samen in die Erde stecken. Der kommt nicht ins Tun. Der ist nur in seinem Kopf, er überlegt sich, was könnte ich mit diesem Samen anstellen? Was könnte ich ihr schreiben? Was könnte ich hier tun? Was habe ich für Optionen? Die siebene Kelche, das sind so Optionen, die man abwägt. Die siebene Kelche im Tarot stehen für Möglichkeiten. Visionen, man hat so Luftschlösser, ja. Vielleicht manchmal auch die rosa-rote Brille. Man spinnt so rum im Kopf. Also dein Gegenüber ist so arg im Kopf, kommt mir rein. Dem fehlt aber dieser Schritt, dass der den Samen nimmt und auch mal aktiv wird. Wow. Also Leute, dabei ist hier eine ganz, ganz große Chancenenergie bei euch beiden. Wahnsinn. Okay. Ja, was hat er heute gedacht? Er hat gedacht, bleiben wir doch dabei. Was mache ich? Wie tue ich es? Wie gehe ich es an? Was könnte ich tun? Was haben wir für Optionen? Haben wir überhaupt Optionen oder ist das hier zu Ende? Ja, nee. Eigentlich schon, weil ich habe ja Gefühle. Aber was sind das für Gefühle? Ist sie meine Freundin oder ist sie eine feste Freundin? Will ich was mit ihr haben oder nicht? Ist sie nur eine Bekanntschaft oder Liebe? Ich kann das nicht... Was ist das hier? Das sind die Dinge, die mir reinkommen. Und da hätte ich doch jetzt ganz gerne mal auf diese ganzen Gefühle, die er hier hegt, die er nicht zu ordnen weiß, hätte ich jetzt ganz gerne mal eine Energie. Und alle meine Kartendecks, die ich benutze, genau wie mein wunderschönes eigenes, nach dem ihr immer fragt, findet ihr unten in der Infobox oder aber auch unter dem Video. Da werden euch Produkte mit Bildern sogar angezeigt. Ja, die sind aus meinem Shop. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht wollt ihr euch was gönnen, Leute. Da gibt es auch meinen wunderschönen Stimmungsring, der sich gerade verfährt. Der ist auch wieder auf Lager. Der war so lange ausverkauft. Meine Armbänder, Bergkristall, Reinheit, Leute, Klarheit. Wenn ihr viel im Kopf seid, wie zum Beispiel dein Gegenüber, Bergkristall. Ja, der ist wie so ein Zauberschwamm. Der saugt alle Energien auf, ja, und reinigt die Energie. Auch mega geil bei Kopfschmerz. Ja, schaut vorbei. Gerne, gerne, gerne. Ich hätte jetzt gerne eine Energie auf seine Gefühle, die er nicht sortiert kriegt für dich. Seine Gefühle. Liebe. Was für Gefühle. Liebe. Es ist Liebe. Er liebt dich. Er will es nicht wahrhaben. Er kann es nicht länger verdrängen. Er wollte es auch damals nicht wahrhaben. Dein Gegenüber will nicht wahrhaben, dass er dich liebt. Oh, mir kommen gerade fast die Tränen. Es gibt was im Außen bei deinem Gegenüber, warum er es nicht wahrhaben will. Ich habe hier eine Person, die hat Liebesgefühle für dich entwickelt, ob sie wollte oder nicht. Es war vielleicht nicht geplant, kommt mir rein. Es war nicht seine Absicht, es war nicht sein Plan. Und dann ist es passiert. Und seitdem es passiert ist, versucht er es zu verdrängen. Er hat sich distanziert. Hat dich aus seinem Leben rausgenommen. Hat sich zurückgezogen. Er dachte, mit all diesen Unternehmungen würden die Gefühle aufhören. Das tun sie aber nicht. Sie sind immer noch da. Und er weiß nicht, was er mit ihnen anstellen soll. Es ist Liebe. Wahrhaftige Liebe. Und diese Karte in diesem Deck ist einmalig. Glaubt man nicht, dass da noch mehr Liebeskarten drin sind? Nein, nein. Das ist die einzige Karte, die sagt Liebe. Dein Gegenüber steckt schon lange in dieser Situation. Mit den sieben der Münzen ist er lange, 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 lange schon in diesem Prozess. Dass er nicht weiß, was er damit anstellen soll. Vielleicht ist dir das auch aufgefallen. Dass er sich krampfhaft versucht hat, rauszunehmen. Sich ungewöhnlich verhalten hat. Boah, ich bin gerade sehr bedrückt. Und ihr wisst, Leute, in meinen Legungen, da ist das immer so eine Sache. Ich channel auch die entsprechende Energie von deinem Gegenüber. Und er will nicht wahrhaben, dass er sich verliebt hat. Vielleicht ist es nicht seine Art. Vielleicht ist er eher der Einzelgänger. Der, der gar nicht so viel Wert auf Liebe legt. Der auch gern alleine ist und gut alleine klarkommt. Der das gar nicht vorhatte, weil er gerade seinen Fokus auf die Karriere legt. Oder weil er vergeben ist. Oder, oder, oder. Aber es ist passiert. Er hat sich verliebt. Und jetzt steht er da vor all den Kelchen. Vor all diesen Gefühlen, die gar nicht da sein sollten. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Hm, was macht man mit solchen Kelchen? Kommt mir rein. Solche. Als hätte er die noch nicht oft gehabt im Leben. Nicht in dieser Form. Nicht in dieser Intensivität. Hier hat sich jemand Hals über Kopf verliebt und will es nicht wahrhaben. Wow. So wenig Karten und so viel Botschaft heute in dieser Legung. Ich hätte jetzt ganz gerne aus meinem eigenen Deck verborgene Antworten. Und ich liebe dieses Deck, Leute. Das ist so wunderschön. Wenn ihr Klärung braucht, ja. Dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. 77 Energien. Es war auch schon ausverkauft. Ich kann es verstehen, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich toll, dieses Deck. Sichert euch eins, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich würde jetzt gerne wissen, von diesem Deck. Wenn dieser Mensch heute an dich gedacht hat, welche Energie war präsent. Welche Energie war präsent bei deinem Gegenüber? Falls er heute an dich gedacht haben sollte. In diesem Deck sind alle Energien vertreten. Hell als auch dunkel. Und genau so muss es sein. Man kann nicht nur die schönen Karten ziehen. Nein, nein, nein. Hier ist auch der Schatten drinne verborgen. Aber jetzt ist das Licht gefallen. Und zwar plant dein Gegenüber eine Überraschung. Dieser Mensch könnte überraschend in dein Leben zurückkehren, kommt mir rein. Veränderungen, Veränderungen, unerwartet, Wunscherfüllung. Dein Gegenüber, was ich sehr bezeichnend finde in meinem Leben, die Rose. Wir haben hier zweimal die Rose und es könnte tatsächlich sein, dass du Rosen magst oder irgendeine Form von Blume kommt mir rein, was er sich gemerkt hat. Ja, vielleicht war ein Rosen oder Blumen oder der Rosen Emoji oder sowas bei WhatsApp oder so vielleicht mal ein Thema. Ja, könnte ja einfach nochmal ein Zeichen sein. Ansonsten plant dein Gegenüber mit den siebene Kälchen, ja, auch so eine Überraschung eventuell. Wie kann ich es machen? Das ist ja die siebene Kälche. Wie kann ich es anstellen? Welche Option habe ich? Ja, soll ich es überraschen mit einer Blume? Soll ich ganz plötzlich wieder auftauchen bei ihr? Soll ich ihr vielleicht wirklich irgendeine kleine Überraschung per Post schicken? Mir kommt rein, dass einige von euch wirklich irgendwas geschenkt bekommen könnten. Du gehst so zur Tür, es hat geklingelt, kriegst so ein Paket. Hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann ist da irgendwas drin, was du magst. Und es kommt von ihm, weil er weiß, wo du wohnst. Er hat es dir einfach geschickt. Heimlich. Und es könnte ein Running Gag sein, kommt mir rein zwischen euch beiden. Ja, vielleicht irgendetwas, wo er weiß, du magst das und du würdest es sofort mit ihm verbinden. So eine Überraschung könnte das sein. Oder es liegt einfach vor deiner Haustür, weil er es dort abgelegt hat. Ich habe hier aber für die meisten, dass er einfach plant, irgendeine Geste in deine Richtung zu machen. Es kann auch sein, dass die WhatsApp-Nachricht, die er schickt, ganz überraschend kommt. Ja, plötzlich. Also ich habe hier eine schnelle Energie. Jemand will dich überraschen. Also jemand will dir eine Geste der guten Zuwendung bereiten. Also er ist dir gut zugestimmt. Er hat heute daran gedacht, irgendetwas vielleicht in deine Richtung zu unternehmen. Vielleicht etwas, damit das hier in euer Feld rücken kann. Ja, das Ast der Münzen. Größte Glückskarte im Tarot, meine Freunde. Das ist eine ganz, ganz dicke, fette Chance, die hier liegt. Das ist ein Gewinn. Das ist für dich wie der Jackpot. Wenn das Ast der Münzen aufkommt, dann ist es für dich Beständigkeit. Ein sicheres Angebot. Etwas, worauf du dich verlassen kannst. Du kannst dem Braten trauen, kriege ich rein. Wenn der kommt und der reicht dir die Hand, mit was auch immer, du kannst drauf setzen. Das ist hier ein ehrliches Angebot mit dem Ast der Münzen. Stabilität. Die Münzen bedeuten Fundament. Der Baum ist stark verwurzelt. Und ihr habt Wurzeln schon in der Vergangenheit geschlagen, meine lieben Freunde. Leute, wenn ihr in Resonanz geht heute, auf jeden Fall das Video auch liken, um dem Universum zu zeigen. Yo, ich bin dabei. Und ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Es ist kostenlos. Drückt auch auf diese kleine Glocke hier unten. Dann kriegt ihr sogar so eine kleine Benachrichtigung tatsächlich vorne aufs Display. Sunny hat eine neue Legung hochgeladen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich hätte jetzt ganz gerne mal einen Gedanken von deinem Gegenüber. Einen Gedanken von dieser Person. Was hat er heute gedacht? Einen klaren Gedanken hätte ich jetzt ganz gern. Wenn dieser Mensch an dich denkt. Was geht ihm durch den Kopf? Eine klare Botschaft. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Leute, hier ist schon wieder die Rose. Schaut euch das an. Synchronicitäten. Darüber habe ich auch ein E-Book in meinem Shop. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Er spielt mit dem Gedanken, sich bei dir zu melden. Message. Eine Nachricht. Und Leute, ich darf euch heute mal was verraten. Ihr dürft sehr gespannt sein. Denn eventuell habe ich demnächst ein neues Deck für euch. Ja. Es ist ein kleiner Hint jetzt. Für alle, die bis hier geschaut haben. Die hören es jetzt gerade zum ersten Mal. Ja. Macht euch schon mal ready. Eine Nachricht. Jemand will überraschend in dein Feld zurückkommen. Jemand spielt mit dem Gedanken, eine Nachricht abzusenden. Sich bei dir zu melden. I'm thinking about reaching out to you. Ich denke darüber nach, mich bei dir zu melden. Ich denke darüber nach, mich bei dir zu melden. Ich überlege allerdings noch, wie ich es anstelle. Überrasche ich dich mit einer Blume als Entschuldigung? Poppe ich bei dir auf mit einem Witz, wo du sofort ein gutes Gefühl beikriegen würdest? Rufe ich dich persönlich an? Schicke ich dir einen Brief? Ich wäge meine Optionen ab mit den sieben der Kälchen. Ich denke über diese Gefühle nach, die ich für dich habe. Und ich will dir schreiben. Ich will mich bei dir melden. Ich will, dass das hier nochmal ins Wachstum geht mit uns. Rosen, Leute. Rosen, Rosen, Rosen. Rosen, rote Rosen. Was kommt dir in den Kopf, wenn ich rote Rosen sage? Rosen. Rot, Blumen, Duft. Romantik, emotional, intuitiv, Rotwein. Rote Unterwäsche, roter Lippenstift. Rotes Auto. Okay. Ich hätte jetzt ganz gern von den Lennys eine Energie, wenn dieser Mensch heute an dich gedacht hat. Was hat er gedacht? eine energie die seine gedanken beschreibt eine energie und ich stoppe bei den blumen ich stoppe bei den blumen das gibt es nicht das gibt es ja gar nicht die blumen und diese nachricht hier die blumen und die nachricht das kann nicht wahr sein ich bin gerade einfach total irritiert ich war weil das deck wie solange diese karten so die blumen haben was zu sagen leute blumen ich sage es euch blumen können relevant sein weil sie mann florist oder weiß dass du blumen magst so die karten ja sie passen da war gerade der reiter ist die 1 bei den lennys bedeutet besuch ein neuer zyklus der anklopft witzig okay ja hier noch mal bitte eine klare energie ja die blumen haben sich gezeigt eine energie wenn dieser mensch heute an sich gedacht hat was hat er gedacht seine gedanken in form einer klaren energie hätte ich jetzt ganz gern eine klare botschaft und da haben wir sie die mäuse hier ist verlust stress sorgen mangel krankheit und der klee unterm deck dass sich das alles zum guten wenden kann dieser mensch ist in dieser energie ja dein gegenüber dem fehlt was dem fehlt geld dem fehlt kraft dem fehlt mut dem fehlt es an verschiedenen dingen und du kannst mal schauen ob du resonanz gehst vielleicht ist dir das bewusst ja dass dieser mensch mangel hat vielleicht auch an mangel an ehrlichkeit kommt mir rein dieser mensch hat dir vieles vielleicht vorenthalten war nicht ehrlich hat die vielleicht sogar was weggenommen oder erst einfach in dieser mangel energie wahnsinn vielleicht war das der grund warum es mit euch so ein bisschen ja in die dutten gegangen ist erhofft aber dass ich mit dieser geste die von ihm kommt diese überraschende und ganz plötzliche aktion von ihm sich das blatt wenden kann ja weil wir haben hier wirklichen mangel müsst euch vorstellen dass ein riesenloch was die mäuse da eingefressen haben ja und der klee wendet das ganze dann doch zum guten ja erhofft hier auf etwas hier ist hoffnung auf glück hoffnung auf veränderung zum positiven aber mir zeigt sich hier die königin der schwerter unterm deck ich habe das gefühl er weiß darüber denkt er auch nach deswegen denkt er überhaupt so lange nach wow drei der schwerter unterm deck er weiß er hat dir das herz gebrochen er weiß du bist vielleicht gar nicht mehr offen er weiß dass er das loch was sich hier reingefressen hat zwischen euch ja vielleicht gar nicht mehr stopfen kann natürlich hofft er da auf was gutes hier eiszeit legung von gestern schaut sie euch an er hofft er weiß es nicht er hat keine ahnung ob die königin der schwerter du überhaupt noch bereit bist du hast ihm den rücken zugekehrt du wirkst sehr stolz auf mich sehr kühl sehr auf dich bedacht du bist eine frau du hast das schwert in der hand du sagst nein 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 mein freund du kannst mir nicht mehr auf der nase herum du hast mir schon zweimal mindestens das herz gebrochen warum sollte ich dir vertrauen meine gefühle die ich einst für dich hatte die sind schon längst hinter gittern die habe ich weggesperrt ja du weißt du kennst mich du weißt ich habe noch gefühle für dich aber du musst diese gefühle befreien und er überlegt wie er es anstellt was ein brett leute ganz ganz klare botschaften dieser mensch hat dich verletzt mit den drei der schwertern eine dritte person könnte ja auch relevant gewesen sein irgendwie seine ex freundin seine partnerin von der sich einfach nicht lösen kann obwohl er gar keine gefühle mehr hat fakt ist er hat dich in eine situation gebracht wo dein herz geblutet hat du hast wirklich herz schmerz ertragen wegen dieser person und er ist hier der kleine der sieben der kelche er weiß gar nicht ob er das überhaupt noch hier wieder gut machen kann du drehst ihm den rücken zu energetisch aktuell er ist gerade in der position dass er überlegt wie kann ich das ganze hier wieder ins wachstum bringen und er überlegt schon so unfassbar lange ich habe das gefühl dieser mensch will nichts falsch machen weil er vielleicht weiß dass das hier seine letzte chance sein könnte das kommt mir gerade rein er weiß wenn er das jetzt vermasselt dann war es das hier hat sich ein dickes fettes loch reingefressen bei euch beiden ja ja deswegen das ist der grund warum er so arg überlegt meine lieben der nahe lag unter den drei der schwert und ist der neuanfang wahnsinn okay ich hätte jetzt ganz gerne keine botschaft aus meinem eigenen deck nein 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 ich hätte jetzt ganz gerne einmal die engel gefragt um eine botschaft für dich ja ein rat von den engeln liebe diese farben liebe diese farben die engelkarten auch wunderschön eine botschaft für dich ein rat ja mit diesem menschen in dieser situation was raten dir die karten vielleicht auch wenn er auf dich zukommt er spielt definitiv mit dem gedanken was raten wir hier deine engel was raten dir deine engel ich hätte gerne klare botschaften für die personen die mir hier gerade zuschauen du hast sicherlich nicht umsonst auf dieses video hier geklickt team sunshine vielleicht sollte es auch zu uns finden wir sind echt schöne truppe hier ist hoffnung die karten sagen hier ist hoffnung und der klee steht für die hoffnung hier ist eine chance das ast der münzen liegt in unserem blatt hier ist die chance dass man diesen samen ja hier schließt sich der kreis mit der heutigen legung diesen samen den reiner hand hält mit dem er keine ahnung hat was er damit anstellen soll dass dieser verdammte samen eines tages von ihm höchstpersönlich in die erde gesteckt wird ja auch wenn viel zeit vergeht wenn er sehr langsam unterwegs ist ja nimmt den samen setzt ihn ein gießt ihn und dann seht ihr das hier blüht er doch tatsächlich auf da kommen doch tatsächlich die wurzeln daraus ja diese keime es kann passieren sagen mir die karten glaube dran mein lieben das war die heutige legung ich hoffe ich konnte euch eine freude machen das war die botschaft die ich heute raus senden darf abonniert gerne meinen kanal dann sehen wir uns auch morgen wieder ich würde mich tierisch drüber freuen außerdem ist es ein wunderschönes geschenk an mich wenn ihr meinen kanal abonniert dann wächst team sunshine ja und ansonsten wie gesagt schaut gerne beim shop vorbei vielleicht wollt ihr euch mal was schönes gönnen eine private legung um einfach antworten zu bekommen wie sieht es dann eigentlich aus hier wirklich mal auf dich gelegt nicht auf youtube sondern nur auf dich ja ihr findet mich in meinem shop klingt komisch ist aber tatsächlich so ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen abend tarot soll inspirieren niemals vergessen und ja in diesem sinne leute always smile and shine you